Sessi plus Fanny plus Silly ist gleich leer. Und hier kommt sie. Möhrchen frei. Das war's. Da Julia. Okay, lass mich mal. Rutsch mal. Ich bin die Liansagerin. Also, heute machen wir die Foto-Boost-Challenge. Ja, viele kennen das vielleicht von euch. Na, noch meine Kamera kann ich nicht hin. Also, mit Laptop, iPhone. Boah, du setzt dich hier neben. Muss ich mitzeigen. Okay, wir fangen jetzt mit der Foto-Boost-Challenge an. Okay, unser erster Effekt. Ja, kommt mal dazwischen. Okay, mein zweiter Effekt. Ich bin nur fett. Ich hab so'n riesen Schiff. Ich rieche was. Jetzt seid ihr mal dran. So riech was. Eine Julia. Oh, ich hab so'n riesen Hund. Oh, mein Gott tut weh. Oh, du hast mich hier nicht. Oh. I like the movie. Ah, ha, 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 ha. Oh, mein Gott, das ist so hindert. Oh, mein Gott, das ist so hindert. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich bin hier im... Cool, zwei Alessi, wettest du mal einiges besser. Ich bin ehrlich. Ey, du kommst jetzt auch mal her. Ich bliege. Das sieht aus. Und dann ist der Fick. Oh nein, 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 nein. Wir müssen den Teig einrühren. Wir müssen den Teig einrühren. Den Teig einrühren. Yummy. Yummy, yummy, I love you, Tummy. Möhrchenbrei. Das ist mein Fick. Hast du das Brot? Ja. Oh. Das ist ja alle. Das ist noch eine. So, jetzt tauschen wir mal... Ich will das, ich will das, ich will das. Oh, ja. Ey, Julia, komm mal kurz her, komm mal kurz her. Also, hier ist unser kleines... Hier ist unser kleines, bockiges Ding. Komm, wir tauschen jetzt mal Plätze. Miau, miau. Komm. Ich will melonviech sein. Ey, komm hierher. Melonviech. Alter, du musst doch mal rücken, weil ich muss man auch noch sehen. Oh. Das ist so dumm. Jetzt ist melon. Oh. Ah. 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 Hüßchen. Ah. Guck mal. Oh. Wir müssen den Heim umbringen. Ah. Ja, wir haben hier auch. Ähm. Ähm. Mum. Ah, heiß. Wir müssen schnell das Feuer laschen. Julia, Fuß die reingen, Wanken. Warte, warte. Ja. Du Patruschka! Oh, was hast du? Oh, der wird da reden! Patruschka! Oh! Vogelkacka! Oh! Oh! Kannst du es doch mal weg machen! Einfach! Es ist offen! Äh... Oh! Paradiesbogel! Ey, du machst mal kurz deinen Arm so hoch! Wabbel, 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 wabbel! Wabbel, wabbel, wabbel! Wabbel, wabbel, wabbel! Wie bei Obama! Wabbel! Ah! Guck mal! Das ist dazwischen Lea und kleine Isabelle! Sind die nicht wirklich wunderschöns? Ja, und... Du und... Du und... Nein, der Scheiß! Au, Mann! Ja, mies! Ich fäll auch mal! Ja, mien, 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 mien... Ich bin Crow! Jo, ich bin Crow! Au! So, jetzt macht jeder mal seine Identität! Gib mal her! Ich bin der Wauwau! Nein, ich bin der Wauwau! Nein, du! Ich muss ja schon die Gasmaske aufhaben, sodass... Das... Hier, ähm... Jetzt zeig ich... Also jeder hat seine Identität! Ich bin der Wauwau! Hey, ich bin der Wauwau! Und... Warte... Warte... Patroska! Das ist Lea! Ne, bin ich nicht! Das ist Lea! Das ist Julia! Aha! Und das hier ist unsere wunderschöne Königin Isabelle! Hallo Dix, Edel! Na, jetzt zeigen wir mal! Ja! Achso, ich muss ja mit denen... So! Hey! Wir leiten... Also... Das ist mir jetzt irgendwie peinlich! So! Au! Was soll der Scheiß? So! Wir leiten rüber zu Lea oder unseren Obama! Miau! Guten Tag! Ich bin Barack Obama! Ich werde jeden in der Welt töten! Ich bin nämlich... Äh... Was bin ich? Schwarzbrot! Ich esse nämlich nur Schwarzbrot! Und hier sind wir wieder in der Nachrichtshow! Und jetzt ist wieder... Nix dran! Wir leiten zu... Wir leiten zu... Mega033! Pogelkacka! Okay, wir haben weiter zu mir geleitet, den behinderten Hund! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow! Wuff! Badroschka! Pff! Ihhh! Mann! Miau! Ihhh! 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 Can't hear the lights? Listen to me, Come on and see the lights! Vielen Dank.